Musik Wir machen heute ein gezeigten Becken und wir suchen heute Krabben, Garnelen, Hornhechte, Knorrhäne und das war es eigentlich schon. Vielleicht noch einen Seestern? Ja, oder Seestern. Und jetzt gehen wir nach unten und bis zum nächsten Mal. Musik 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 Und jetzt will ich erst mal mit dem großen Eimer ganz viel Wasser für die Tiere geben. Und lässt bitte schon mal einen Daumen nach oben wieder, wenn ihr diese Aktion toll findet. Na guck mal, sie hier sind fein. Eine Ewigkeit später. Was ist das? Das ist ein klebs. Es ist ein klebs. Das 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 ist ein klebs. ... zwischen in der großen Kabel... Bis zum nächsten Mal. 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 Bis zum nächsten Mal.